Ich bin 21 und ich bin 22 Jahre alt. Woher komme ich hin? Wir kommen beide aus Stuttgart. Und was ist dein Hobby? Ich spiele Basketball und fotografiere gerne. Ich spiele dann Fußball und gehe ins Fitnessstudio. Also, kommst du hier allein oder mit deiner Familie? Allein, also mit meinen Kumpeln. Und wie lange hast du im Indonesien bleiben? Drei Wochen. Drei Wochen. Drei und halb wird es insgesamt. Hast du ein bisschen im Indonesien Sprache? Ja. Kein Problem. Kein Wort. Welche Fremdsprache kannst du sprechen? Polnisch, Deutsch, ein bisschen Französisch, ein bisschen Italienisch. Und Französisch ein bisschen. In Deutschland, Deutsch, Englisch, Französisch. Und was machst du? Hier oder in Deutschland? Hier. In den nächsten. Urlaub. Nur Urlaub, ja. Guten Tag. Entferian ihr mitz-zalat? ached Können wir Filmograf Dekoraschern? Ja. Wie war die Melсьkult gibt es in paz Nationalglow? estabziert de Englische, washabt ihr? zogen ihrALKst? Ich Peru lieengит. Ich kam hier to Tal alsmes Jahr. Au weg Keller. Es ist sehr, sehr, sehr matt. Es cry. Ja. Ich finde es sehr. Okay, thank you very much. Thank you too. So, can we take a picture for us? Okay. Hello, I'm Reynaldo Riddleston. Und wie ist es nicht? Erich. Erich? Wie ist es? Wie ist es nicht? 54 Jahre alt. Ich bin 17 Jahre alt. Und woher kommst du? Maastricht, Holland. Maastricht. Und ich komme aus Indonesien. Hast du eine Coffee oder etwas? Ui. Sehr viel. Sehr viel, ja. Schwimmen. Fahrrad. Oh, ja. Machen bei. Und weitere Fragen. Wie lange Zeit hast du in Indonesien bleiben? 2 Monate. 2 Monate. Sehr lange. Und du kannst auf Indonesien sprechen. Ein bisschen. Ja, sedikit. Und wieder. Und wieder. Hast du eine Familie oder in KIA bleiben? Ja, aber in Holland. Oh, in Holland. In Indonesia. Nee. So, kommst du hier in KIA line? Ja, ich bin hier für Chef. Cheflich. Oh, okay. Das ist alles über meine Deutsch. Kraken. Ein. 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 Ein.